So, dann können wir jetzt auch weitermachen. Wir bringen ihn in bei Boat, und sollten bald auf Annesburg fahren. Es gibt schon einige Wagen zu bringen, aber ich würde es empfehlen, wenn du da nach oben gehst, einfach... ... für eine weitere Sicherheit. Better safe, als sorry, diese Tage. Mit Bucks, Bolleser? Land, ahoy! Grab that plank, set it down there. Woo, permission to come aboard. So, this here's the merchandise. It's top-notch stuff, so be careful with it. Come on, help me get it unloaded. Woo, 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 watch your foot in there, landlubber. Uh, wait, where are the wagons? I arranged two drivers. God damn it! I'm playing this whole thing. The least folks can do is show up on time. The train's coming in. Just act natural. Everyone stay right where you are. This is Agent Reed Hickson of the Bureau of Internal Revenue. Lemuel Fack, you are under arrest for the manufacture and distribution of an illegal substance, escaping state custody, running bail, and tax evasion. And today, we will bring the fullest force of the law down upon you. You just can't stop running your mouth, can you? You moronic head. You need to watch who you talk to. Move in and bag those rats. And bring fight to me. You hold them off. I'll try and start the engine. Tja, warum nicht? Ja, ich war das aber an Bord. Wie an Bord? Bin aufs Schiff gesprungen. Oh! Ja, versuch die Engine zu starten, meinst du? Alter! Alter! Holy shit! What happened? Instant death. Ja, die sind immer lustig. Schon wieder? Ja. Ich kann nicht schießen. Ich gucke raus vom Tor. Ich gucke raus vom Tor. Ich gucke raus vom Tor. Oh, ja, ich seh's. Oh, ja, oh, auf der Seite sind auch noch sehr viele, ja. Ich glaube, ich schieße gegen das Fenster. Oh. Das war eine richtige Armee. Ich wollte deine alte Leiche über Bord werfen. Ja, mach das. Vielleicht verwirrt das dir. Ich denke, ich bin wirklich tot. Was? Boote? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Was? Wo gibt's Munition? Ich glaube, ich bin voll im Bord. Ach, hier oben liegt's. Zum Boden. Sind das überhaupt Leute von dieser Behörde? Nicht, dass wir irgendwelche Passag-Black-Polze? Ah, hier ist Munition, ja. Aufheben mit Tab. That's new. Okay. 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 Meine Güte, das war eine richtige Armee, die die uns entgegengeschickt haben. Holy shit. Oh. Sehr schön. Oh, ja. Da wirft keiner mehr was. Oh. Aber der schießt noch. Na? Oh, schön. Genau in den Schädeln. Da hätten wir's. Ich war selten so froh, wie mein Zielferdrohr. Da haben wir... ...das Boltgewehr richtig gut aufgerüstet. Oh. Die sind doch an dem... ...hier am Steg. Ja. Ach, shit. Shit. No, there's more of them here, too. But we need to keep moving. Clear me some space, so we can get out of here. Ich muss runter. Ich muss runter. Ich sniper am Leuchter? Ja. Ich muss runter. Ja. Ich muss runter. Okay. Wir schießen. Wir haben einen Mannhorn. Ich bin ein Experten Filat, und wenn ich mir selbst sehe, ... ich denke... ... ich denke, ich bin ein Steg. Ich muss ihn ... Ha, ha, ha! Bring eine größere Armee, das nächste Mal, Herr Hickson! Und dann das hier. Ich habe einen Ort für einen Platz zu bringen. Ja, vor uns, die Boote. Na? Oh, zu weit nach hinterher gezogen. Ah. Hab ihn. Hm? Das ist ein Stehgebot. Da sind keine. Ich weiß nicht, was das für Boote sind. Hey. Okay. Ach, da ist der. Ich verstehe. Der Trickster. Hat er euch nicht gerechnet. Ich auch nicht. Ach, du Schande. Van Gogh. Ich bin nötig. Ich bin nötig. Oh. Oh, ja. Oh. Oh. I've got bullets in this way. Oh. 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 Ja. Das ist bolt. Alter, Alter, was schießt du noch? Irgendwas von vorne, glaub ich. Ah, Zug! Zug? Mir ist auch ne Radar entgegen. Gettling hat's auf nem Zug? Ja. Ja. Na. All right. Ja. No, no, we're on the rack! A whole damn swarm of them! We gotta do something, we're taking too much fire! No, no! The damn boat's grounded! Ah! Ah! No! No! They're off the train! Headed straight to the ground! You need to hold them off while I deal with this! Hold them! It's over here, man! Ah, they're Sunday. That's it! Come through! There is one with a knife! Good luck! ist ein optimist der eine fort kann der mal aufhören die ganze zeit dynamit zu werfen ja der navy revivor ist großartig ok ok Ich habe es nicht mehr in die Kategorie, zu halten, aber alles du kannst, ist es mit den Kumpeln, richtig? Ja, ich sehe nicht mehr davon, wie du? Ok, auf Sand und Nied. Danke Gott für das. Keine Chance, dass ich zurück in den Kumpel zurückgekehrt. Ich würde lieber sterben, als ich alleine in einer Kumpel für einen Moment mit dem Maniac Hickson. Füll noch mal hier gratis deine Munition auf. Wie du? Ich brauche jetzt mal eine. Zigarre auch noch. Da muss man der da wieder aufhören. Sie ist Zigarre. Hey! Ich denke, das sind alle! Oh Gott, das war eine nahe! Haha! Oh! Alright, diese Kumpel sind sicherer. Lass uns aufstehen und rauskommen! Ich stand schon da draus. Ja, wie wir sehen. Danke! Gott verdammte Revenuers. Es ist wie Hickson hat ein paar 6 Cent oder so. Ich werde herausfinden, wie es das kam, glaube ich. Ich beginne mit den Kumpeln. Ich kann niemanden in diesen Tagen vertrauen. Aber das ist nicht so, wie wir haben. Ich bin mit dem Kumpel. 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 Ja! Untertitelung des ZDF, 2020